Hallo und Willkommen, wir melden uns heute aus dem legendären Old Trafford hier in Manchester. Kommentieren werden dieses Spiel Wolfus und der Kollege Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen heute ein Division Rivals Duell. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich mich schon seit Tagen freue. Parade Neuer, immer noch gefährlich. Die Gastgeber haben sich heute für diese Ausstellung entschieden. Im Tor ist Manuel Neuer, Lucas Hernandez spielt neben Longley in der Abwehr. Ousmane de Belé steht mit Kingsley Coman auf dem Flüge. Und der einzige Mann im Sturm heißt heute Luis Suárez. Timo Werner hat schon eine faszinierende Karriere hingelegt. Ein Ende ist da noch lange nicht in Sicht. Mit aktuell 20 Treffern ist er momentan der Beste der Liga in der Kategorie Torjäger. Toni Kroos. Schuss von Reus. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet ein klasse Kiefer aus. Ein echter Lippe. Jetzt sind sie am Ball. Timo Werner. Groß. Groß. Sie machen das Tor. Optimaler Start. Früh gehen sie in Führung. Genau so hatten sie sich das auch erhofft. Ganz alleine macht er das. Schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Lange hat es ja nicht gedauert, bis hier das erste Tor gefallen ist. Zwölf Minuten erst rum. Timo Werner. Werner. Das ist der Treffer. Gerade erst gehen sie in Führung und dann das. Aber da hat die Konzentration geführt. 1-1 wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Jetzt hier Suárez mit dem Ball. Jetzt Marco Reus. Und Suárez. Luis Suárez jetzt. Timo Werner. Chance zur Führung. Und Tor. Das könnte doch ganz wichtig sein. Erstmal die Führung. Die haben die Oberhand. Jetzt steht es hier. 2-1. Eine enge Kiste. Werner. Dembélé. Super dieses Zuspiel. Das Ding mit der Parade. Immer noch gefährlich. Da muss er aufpassen. Fast das Tor, aber das ist einfach klasse. Wie er den noch hält. Wie er das macht. Überragend. Werner. Das könnte was werden jetzt. Ah, Harte Aktion. Ist das vielleicht sogar rot. Sie liegen vorne, klar. Aber dann fangen sie sich hier noch den Platz vorbei sein. Und jetzt kann das Ding hier auch noch kippen. Wir warten ab. Das wird nicht einfach. Nach dieser völlig misslungenen Aktion. Toni Kurs. Leroy Sané. Ball wieder bei Reus. Gute Aktion. Parade Neuer. Immer noch gefährlich. Soares. Soares. Fängt diesen Ball ab. Toni Kurs. Serge Gnabry. Reus. Timo Werner am Ball. Das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist eine gute Chance Es tut sich was an der Seitenlinie, Buschi, hier gibt's jetzt den Wechsel Ja und warten wir mal ab, wie das dann im Spiel aussehen wird, nach dieser Umstellung Könnte gefährlich werden jetzt, Luis Suarez mit dem Freistoß, ist eine gute Supervolley, aber kein Tor Das war technisch herausragend gemacht, das stimmt eigentlich alles, es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter Eriksen jetzt am Ball Dembele Suarez Das gegen hält, der Ball ist noch im Spiel Mit viel Auge holt sich da den Ball, klasse Suarez Timo Werner Suarez Suarez, den muss er machen Super Pass jetzt Das Ding mit der Parade, immer noch gefährlich Schön befreit, das war eine vielversprechende Aktion Eriksen Eriksen Dembele Den spielt er wieder zurück Luis Suarez Wichtiges Tackle hier Balleroberung, ja da sieht man die Übersicht dieses Spielverständnis Und nun Eriksen Ballverlust von Eriksen Steilpass kommt von Reus Er kann diese Situation so gerade noch entschärfen, da ist er einen Tick früher zur Stelle Ha, das war knapp Weg ist der Ball Marco Reus Super Tackling Timo Werner Reus Hier kommt die Nachspielzeit Zwei Minuten gibt es Kein Grund zur Aufregung Es ist abgefiffen Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam Und nun Eriksen Suarez Vorne schauen natürlich alle auf Luis Suarez Kann man den überhaupt stoppen, Buschi? Ganz schwer Also zumindest nicht über volle 90 Minuten Da musst du als Gegenspieler immer wach sein Ansonsten klingelt es Drei Treffer haben wir in Durchgang 1 gesehen 2 zu 1 der Pausenstand So, auf geht's in den zweiten Durchgang Hier im Old Trafford Sané mit dem Ballverlust Reus Reus jetzt am Ball Da gewinnt er den Zweikampf Suarez Werner Werner Groß Reus Steilpass kommt von Reus Und Reus Toni Kroos Den Ball hat er ganz souverän Wie hast du die Leistung von Timo Werner gesehen im ersten Spielabschnitt? Die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang Gibt's jetzt die Gelegenheit Gute Aktion Den Schuss kann er blocken, gut aufgepasst Frenkie de Jong Eriksen jetzt Dembélé Gebt Einwurf Nez und Semedo Suarez Luis Suarez Reus ist ein wahnsinnig gefährlicher Spieler in jeglicher Hinsicht Puschi Was zeichnet ihn aus? Technisch stark Wenn dich Ein unglaublicher Torriecher Den kannst du in jeder Offensive der Welt gebrauchen Dembélé Kein guter Pass Weg ist der Ball Reus wird hier gut unterstützt Leroy Sané Den setzt er daneben Nix wird's mit dem Ausgleich Ach Wolf, guck dir das an Da war er nicht cool genug vor dem Kasten Das war eine gute Gelegenheit Und nun Eriksen Frenkie de Jong Eriksen Suarez mit der Chance Das ist natürlich ärgerlich Wäre hier eine gute Chance gewesen Freistoßentscheidung Und korrekt Da kommt der Pass auf außen Guter Vorstoß da jetzt Groß Vardy Vardy Klasse Schleifpass So, Spannung drin In dieser Partie Ausgleich Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen Eine enge, eine spannende Partie Starker könnte die Führung werden Das Degen hält Ball ist nur im Spiel Damit ist die Szene erstmal wieder beendet Aber die Parade gerade, die würde ich mir schon gerne noch machen Die war nämlich sensationell Der Ball war doch eigentlich schon drin Also über einen Mangel an Torschancen kann sich niemand Gut durchgesetzt, gefährlich Da geht der Weid ab Tor vorbei Sie üben schon Frühdruck aus Arndt hier diesen Pass Weg ist der Ball Klar, Freistoß gibt's Und vielleicht noch mehr Jetzt gibt's die gelbe Karte Vertretbar, denke ich Misslungen der Pass Da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt Was macht er draus? Toni Kroos Timo Werner am Ball Toller Pass Kroos trifft Wieder mal Ein tolles Tor Das ist schon beeindruckend, wie er das macht Das Tor aus kurzer Distanz Hier haben wir doch mal ein Auge drauf Er bleibt cool Macht das Ding rein Ja Ruhe und Technik Das sind die beiden Schlagworte Sané Und jetzt Toni Kroos Wadi Er holt sich den Ball Timo Werner Vielleicht der Ausgleich Es bleibt gefährlich Nico Schulz Seine Zuspiele sind heute sehr genau Super Pass von Kroos Klasse Kein guter Versuch Der ist Klasse Mitmisslung War eigentlich eine gute Chance Ja, sie können erst mal klären Jetzt können sie einwerfen Wird da eine Chance draus? Frenkie de Jong Die Fans geben nicht auf Sie geben nach wie vor alles Aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die Mannschaft überspringen Die muss jetzt nochmal kommen War die War die Klasse Steine Pass Timo Werner War die Wie macht er den denn rein? Jetzt können sie die Überzahl genutzt Und jetzt können sie mit der Überzahl ein paar Mal Die Die Untertitelung des ZDF, 2020